Wir müssen die Macht der Lade jetzt füchten, einen zweiten... Wie lang? Geh da rüber. Das kriegen wir vielleicht nicht. Super. Halt sie die Lade für die Verlegung vor. Fuck. Fuck! Fuck, 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 was mache ich denn jetzt? Regenerier. Ich denke mir, das ist wie die Schrotflinte. Das ist Major Alley. Andersons Protokoll 342. Die Energiequelle der Faltwaffe wird die Lade genannt. Okay, das ist die Lade. Sie sahen so aus, als hätten sie das Gehäuse perfektioniert. Hier ist nichts. Die Lade muss vorhanden sein. Andersen auf. Das ist klar, da würde ich sagen, geht es weiter. Lade transferbereit. Aber nee. Das Ding ist aber stark. Okay, krass. Aber das ist eigentlich voll krass, wenn du so zwischen den Welten herspielen kannst. Das ist übel krass. Wechselst du es so, wie du es brauchst? Das ist schon nicht ganz schön unfair. Testsequenz beginnt, sobald die Lade in Position ist. Das ist dann nicht mal krass. Locken wir mal halt. Mach ruhig. Niau. Bissu. Niau. Bissu. Niau. Bissu. Hä? Doch, die Idee ist schon geil gemacht. Ja. Lade nach. Das kommt. Nachladen, nachladen. Kurz switchen. Biss durch. Bewegung, um die Zeitreise zu machen. Was zum Fick war das? Mist. Mist, du Dinger. Läuberstoffe. Ähm. Klar, wir müssen nach hinten hin. Okay, nein. So. Miau. Miau. Kontrollpunkt. Das war besser. Achtung. Nichts passiert. Nix passiert. Pilot, die Ringe an meiner Position enthalten sehr viel Restenergie. Dies war die Zielposition der Lade. Andersons Plan beinhaltete eine Aufklärungsmission in unmittelbarer Nähe des Zentrums der Aktivbringe. Was soll ich machen? Bin ich da wirklich sicher? Was soll ich machen? Ich soll was? Hätten wir die Energiesignatur der Lade, könnte die Miliz ihre aktuelle Position in der Gegenwart ermitteln. Oh. Werbegäste. Tschüss. Ganz doof gefragt, was jetzt? Was jetzt? Ganz doof gefragt. Ähm. Da. Okay. Holo-Anzeige wird kalibriert. Der Mond dieses Planeten war ein Test. Ein gottverdammter Test. Das eigentliche Ziel ist einer unserer Planeten. Harmony. Außerdem haben sie die Zeitachse verlagert. Ich muss sofort Sarah informieren. Okay, sie haben mich auf jeden Fall erwischt. Das war eben das letzte Aufnahme. Über den Wert des menschlichen Lebens verlieren. Das menschliche Leben hat keinen Wert. Warum nicht? Und ohne euch ihre Aufmerksamkeit habe, um genauer zu sein, der Mensch ist, ist zu einem gewissen Grad entbehrlich. Wir sind selbst... Das gehen wir mal, will ich mir jetzt in der Nähe haben. Alles klar, weiter geht's. Kupfer, basierend auf Ihrer Erkundung habe ich vielleicht einen Plan. Wir treffen uns draußen. Langsam. Wir gehen raus. Öffnen wir die Tür. Fäck dich. Achtung. So, wir können uns halt voll rausmogeln. BT 7274 Lagebericht. Testgelände für IMC-Prototyp. Faltwaffe entdeckt. Tschulds. Ja, zum Fortfahren. Komm mal. Raus her. Ich habe die Steuerung für die Brücke zu den Ringen entdeckt und auf ihrem Hut markiert. Das wäre ich mir bei dir. Fuck. Die verbliebenen Sicherheitssysteme sind angesichts ihres Verhaltens in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart, nicht gut auf uns zu sprechen. Fahre die Brücke. Faltwaffe aus. Alles klar. Aufpassen. Nice. Yeses Maria. Scheiße. Wie soll ich das machen? Ähm, da muss es nur einen anderen Weg geben. Ich glaube jetzt nicht, dass das der einzige Weg ist, den wir benutzen können. Stoßen Sie an den Ringen zu mir, um Ihren Anki-Signatur der Lade zu scannen. Faltpilot, ich bin da ohne. Faltpilot, der Guss am Sitz. Komm mal. Ich habe die Steuerung für die Brücke zu den Ringen entdeckt und auf ihrem Hut markiert. Pass auf, pass auf, pass auf. Warte nach. Bam! Ich gehe mal reinducken, ob wir das zusammenkriegen. Ah, okay. Warte nach. Ich habe die Steuerung der Brücke auf ihrem Hut markiert. Fahren Sie die Brücke aus, bevor die Testumgebung der Fallwaffe explodiert. Alles klar und ready. Das Titan-Layout. Nice. Was haben wir jetzt? Ion. Energie. Achtung. Beide Teile sind gestern. 16 Meter. Ich muss so kurz raus. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Achtung. Hacken. Starten Sie den Test. Oh, gut. Verstanden. Der Eindringling darf die Lade unter keinen Umständen erreichen. Bitte. Na, scanne, was? Wir müssen weg. 250 Meter. Bitte, ich bin da. Alles klar. Alles klar. So ist da zum Scan. Rasorsystem bereit. Okay, ein weißer Bildschirm. Gut rausgeschmissen. Bt. Ach nein, bt. Lol. Das sieht halt schon echt krass aus, gell? Aber anders krass. Passen. Weiter geht's. Also ich muss gestehen, es ist doch, es macht schon echt Laune, vor allem die Story. Ich will halt unbedingt wissen, wie es weitergeht mit BT und ihm, ne? So. Komm. Okay, abgeschlossene Triffe. Boom! Junge. BT, bist du noch da? Gute Arbeit, Pilot. Scan abgeschlossen. Laut Anderson hat die IMC vor den Militzplaneten Harmony mit einer effizienteren Version dieser Waffe zu zerstören. Cooper, unsere Reise ist noch lange nicht vorbei. Die Flotte braucht diese Daten. Besser. Viel besser. Tch okay, nur L Rings, einfach so tun. Tch es will also von... Tch, tch. cookfreue, tch... Tch. Tch, tch, mult.